Hi, ich bin Benjamin, 22 und ich habe in Kooperation mit Telefonica BWL Dienstleistungsmanagement an der DHBW studiert. Für mich war immer klar, wenn ich studiere, dann studiere ich dual. Sitze ich drei Jahre später hier und würde es genauso wieder machen. Und da hat sich mein ganzes Studium über so ein roter Faden durchgezogen. Mein eigenes Segment, also die Zielgruppe Junge Leute betreut. Und wenn du mich jetzt aktuell fragst, dann darf ich auch den Themenblock Roaming mitgestalten. Über mein ganzes Studium hinweg durfte ich vier unterschiedliche Abteilungen kennenlernen. Das war besonders schön, weil ich mich immer genau das, was mich gerade interessiert hat, dahin konnte ich mich dann orientieren und die Teams kennenlernen. Ich kann in so einem Format geil sagen, geiler Arbeitgeber. Es ist ein extrem junges, dynamisches Unternehmen, bei dem du dich in extrem viele unterschiedliche Bereiche hinein entwickeln kannst. Das fragst du mich in der Woche, wo ich meine Abschlussprüfung hatte. Da bin ich jetzt in Versuchung, das zu sagen. Aber ich glaube, es gab auch einen Zeitpunkt, da habe ich, das war der Moment, wo ich auf Versenden gedrückt habe, bei meiner ersten Vertriebsfreigabe. Und da hat Outlook mich gefragt, hey, bin ich mir sicher, dass ich die E-Mail versenden will, weil die geht an über 100.000 Empfänger. Und das war dann schon ein besonderer Moment, sagen wir es so. Weil das hier ein sehr junges Unternehmen ist. Und in dem Moment, finde ich, kann man bei so einer Bewerbung auch mal was wagen. Und der konservative Weg ist dann vielleicht nicht immer bei der zielführendste.